Moin Moin, der Kuse Oskar hier. Bei uns auf dem Discord kam mal wieder die Frage auf, ey Deckbau wie und was und tralala und dann vor allen Dingen, wie skill ich denn am Anfang meine Crews und mach da was überhaupt. Wie immer, das ist meine Meinung, wie ich drüber denke. Kann jeder anders halten. Es ist halt das, was ich mir irgendwann mal an Gedanken dazu gemacht habe. Ich habe das aber auch relativ spät gemacht und dementsprechend sind einige Decks von mir noch kunterbunt durchgewürfelt. Ich bin so langsam dabei, das umzustellen. Es ist aber halt mit Silverlines verbunden, einfach weil ich da halt manche Fahrzeuge umsetzen muss. Grundsätzlich erstmal, wie baue ich mir ein Fahrzeugdeck? Ihr habt hier Fahrzeugdecks zu stehen, da geht ihr drauf, dann könnt ihr hier hinzufügen. Geht bei mir jetzt nicht, weil ich habe das Maximum an Decks schon ausgereizt. Dann ploppt ihr auf alle Fälle was auf, da geht ihr drauf und benennt es um. Ich benenne es immer so, was für ein Deck ist das vom BR her, was ist das Maximal-BR da drin? So, dann habt ihr das Deck, dann habt ihr hier noch einen Knopf anwenden und dann schließt ihr das Ganze. Dann habt ihr euer Deck und dann könnt ihr das befüllen. Wie habe ich das gemacht bzw. was ist mein Gedankengang dahinter? Hier vorne kommen die Leits. Alles, was ein leichter Panzer ist, egal ob Räder oder Kette, ist es ein leichtes Fahrzeug, kann spotten, kommt es hier vorne hin. Hier habe ich jetzt tatsächlich zwei drin. Auch da nochmal der Hinweis, weil die Frage kam, wie viele Plätze soll ich denn da frei halten? Ja, das ist ja komplett unterschiedlich von Nation zu Nation und dann noch innerhalb der BRs. Es kann ja sein, dass du da nur einen Leit hast, der Sinn macht vom BR her und der Bewaffnung und bei einem anderen BR oder Nation hast du dann mehrere. So, und dementsprechend würde ich das auch immer so ein bisschen flexibel halten. Grundsätzlich ist ja davon auszugehen, dass du irgendwann die Crews halt auch auf Maximum, sag ich mal, hast, dann interessiert das ohnehin nicht mehr so dolle. Es ist halt nur am Anfang relevant, einfach weil man halt keine Crew auf Maximum hat und da so ein bisschen halt versucht, entweder die Stärken noch mehr zu pushen eines Fahrzeugs oder Fahrzeugtyps oder Schwächen auszumerzen. So, wir machen mal weiter. Danach kommen bei mir Schützenpanzer, so denn vorhanden. Alles, was irgendwie eine Autokanone hat und vielleicht sogar noch ATGM-Raketen später, kommt dann nach den Leits. Dann geht es weiter. Dann kommen die mittleren Panzer. Und wenn man die mittleren Panzer dann abgehakt hat, kommen hier normalerweise die schweren Panzer, haben die Briten auf 8-7 nicht oder beziehungsweise habe ich, es gibt auf 7-7 glaube ich noch einen, aber ist egal. Hier hinten wurden dann die schweren Panzer kommen. Nach den schweren Panzern kommen dann die Flugabwehr. So denn vorhanden und auch da, das müsst ihr entscheiden, wie viel Flugabwehr ihr mitnehmt. Kleiner Hinweis von mir, hier hinten habe ich dann meistens immer 2-3 Plätze gebunkert für Flugzeuge. Da kommt dann immer Bomber und dann der ganze Rest. Kass oder Jäger halt. Wenn ihr jetzt aber keine Flieger gerne spielt, weil ihr es nicht könnt, keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr diese Plätze natürlich auch noch anders besitzen. Also könnt ihr noch mehr Flugabwehr mitnehmen. So denn vorhanden oder halt das durch irgendwas anderes ersetzen oder hier sage ich mal Special-Fahrzeuge hin bunkern. Aber ich gebe den Rat, das hat mir nämlich das Genick gebrochen. Ich habe nämlich eine ganze Zeit lang gesagt, ich werde niemals Flieger fliegen und irgendwie bin ich dann doch dazu gekommen. Und tada, wir haben das Problem. Jetzt muss ich erstmal einige Nationen und Decks umbauen. Ich denke, das sollte verständlich gewesen sein. Das ist die Idee und das ist das Layout, was ich auch für alle Nationen versuche mittlerweile zu übernehmen. So, dann kommen wir, ich versuche das Video nämlich nicht wieder zu überreizen in der Länge, zu den Besatzungen. Wie gesagt, ich habe es schon angeschnitten. Entweder versuche ich die großen Stärken des Fahrzeugs noch weiter zu pushen. Oder ich versuche, wenn das Fahrzeug irgendwelche Schwächen hat, die so ein bisschen auszumerzen. Grundsätzlich, bei den Lights würde ich erst nur aufs Fahrgeschick gehen. Warum? Diese Fähigkeit beeinflusst die Reaktionszeit des Fahrers bei Bremsmanövren, der auswildertsichtigen Gangs für die jeweilige Situation und die Geschwindigkeit des Schaltens beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit. Warum ist das wichtig? Die Lights lieben grundsätzlich von ihrer Beweglichkeit und ihrer Manövrierfähigkeit. Nicht von der Panzerung und auch meistens nicht unbedingt von der Hauptbewaffnung. So, und deswegen ist das für mich ein sehr wichtiger Punkt. Danach kommt der Richtschütze, weil mit so einem Light kämpft man ja in aller Regel aus der Bewegung. Richtig? So. Zielfindung. Das Geschick des Richtschützen bei der Zielfindung beeinflusst die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Zielens. Wichtig. Eine erfahrene Richtschütze kann ein Ziel gleichzeitig horizontal und vertikal analysieren, während ein unerfahrener Richtschütze eins nach dem anderen tut, indem er erst den Turm dreht und dann den Richtwinkel korrigiert. Was soll das heißen? Wenn ihr hier noch nicht genügend Punkte zur Verfügung, also reingeballert habt und ich glaube, das beginnt hier ab dem vierten. Dafür geht es dann langsam los, dass er beides machen kann. Also, ihr habt ja immer fünf so eine Felder und ich glaube, ab dem vierten geht es los, dass er das beides gleichzeitig machen kann. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Auf alle Fälle ist es so, dass er, wenn er unerfahren ist, er dreht erst den Turm und dann richtet er die Kanone hoch oder runter. Das dauert zu lange. Und deswegen, umso mehr Punkte ihr hier drin habt, macht er beides gleichzeitig. Ist ein Vorteil. Würde ich mit reinnehmen. Danach ist dann halt die Frage, Entfernungsmessungen, braucht ihr das seit der Ehe eher nah dran? Könnt ihr die Entfernung gut einschätzen? Das ist jedem selbst überlassen. So, und bei den Lights ist es damit eigentlich schon für mich gewesen. Einziger anderer Punkt ist noch die Nachladegeschwindigkeit. Wo ihr halt gucken müsst, wenn die Nachladezeit so ein bisschen hoch ist, könnt ihr da natürlich auch noch was reinsetzen. Es ist aber kein Muss. Da ist dann halt auch noch die Frage mit dem Kommandanten, weil Führungsqualität beeinflusst die Effizienz der Fähigkeiten der anderen Besatzungsmitglieder. Das pusht das Ganze auch nochmal so ein bisschen. Also das müsste dann Hand in Hand gehen, so ein bisschen. Aber da sei dazu gesagt, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob man die Zahlen irgendwo sieht. Vielleicht kann das einer mal in die Kommentare schreiben. Aber du brauchst verhältnismäßig viel EP für den Kommandanten und die Führungsqualität, um den zu pushen. So, beim Schützenpanzer würde ich da ähnlich vorgehen. Bei den mittleren Panzern würde ich ehrlicherweise schauen, wie sind diese unterwegs. Sind die relativ langsam und träge, würde ich vielleicht beim Fahrer noch ein bisschen was reinmachen. Ansonsten, Nachladezeit ist man immer gut beraten. Und das zieht sich dann sofort. Schwere Panzer, selbe Spiel. Würde ich eher die Ladezeit und halt die Fahrleistung und sowas verbessern. Genauso beim schweren Panzer ist halt mit den Richtschützen, kann man machen, ist aber eher so ein nice to have. Ist eh schwer und langsam. Danach wird wichtig, Feldreparatur. Damit ihr, wenn ihr getroffen wurdet, möglichst schnell reparieren könnt. Und dann gehe ich persönlich immer so ein bisschen so vor, dass ich die Punkte verteile. Erstmal Feldreparatur bei allen so ein, zwei Felder mache. Bei jeden Einzelnen. Wichtig. Es geht nämlich nicht um den Einzelnen, sondern es geht um die Summe aller. Auch wichtig. Und dann Agilität und Vitalität. Damit ihr halt schnell wechseln, wenn ihr mal ein Besatzungsmitglied ausfällt. Oder die auch möglichst viel Schaden wegstecken. Und das ist es schon im Großen und Ganzen. Wie ihr das letztendlich macht, ist eure Überlegung. Ich kann da nur ein bisschen Hilfestellung geben und halt sagen, wie ich es gemacht habe. Da wird es jetzt eh in den Kommentaren hoch hergehen und jeder was anderes sagen. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und verabschiede mich an dieser Stelle und sage, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.